ein herzlich willkommen bei life is strange bei dr win wir haben gesagt wir fangen ganz vorne an und das werden wir tun mit den ersten teilen die da raus kommen so ich habe keine ahnung bin auch nicht so der englisch fan aber wir werden es hinbekommen irgendwie index wenn ich gut bin schnell lesen kann da kriege ich das auf der reihe ich werde das was unten dann im untertitel steht nicht vorlesen weil ich glaube da komme ich dann definitiv nicht immer ein als im abhängen des armes mit dem man Wo bin ich? Was ist passiert? Auf dieses Jahr habe ich schon die Elfen fest. Sauerei! So, dann wollen wir mal sehen, dass wir zum Leuchtturm kommen. Gucken wir uns mal um, also ich hoffe keiner in Ruhe. Bei dem Sturm denke ich werde ich doch jetzt wieder zum Leuchtturm versuchen zu kommen. Ich bin nervöser denn. Ah, ja, ja, ja. Oh Gott, jetzt will ich, was ist das? Ein riesiger Möbelstrom, der noch nicht schön das Ende ist. Ich bin der Rude. Und... Oops. Das war so surreal. Film, Little Pieces of Time. Aber er könnte sprechen über Fotografie, wie er sicherlich war. Okay, ich bin in der Klasse. Alles ist cool. Ich bin okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in Black and White? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like... Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Hmm. Okay. Totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Shh, 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 shh. Keep that to yourself. Seriously, though. I could frame any one of you in a dark corner. And capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? If anybody else looked at this, what would they think? Also, lest wir selber mit. Ihr kennt ja, ich stoppen wir noch nicht drüber. Was ist das? Ah, hier kann man noch ein bisschen weiter machen. Lest es hier cool. Ich weiß, wer was ist. Also, ihr könnt ja stoppen, wenn ich zu schnell bin. Und das ganze dann rüber zu drehen. Hm. Okay. Okay. Wir haben mal hier. Ja, so wie die aussieht, denn, ja. Wie gesagt, ihr könnt stoppen, das angucken, was er nicht geschafft hat. Ja, das bin ich, nee. Okay. Jetzt müssen wir jetzt alles, müssen wir jetzt SMS kommen auch machen. Also, SMS haben wir gerichtbar bei. Man könnte sich gucken. Mhm. Okay. Wir können jetzt zurückkommen, so ein Problem. Was? Die trinken? Die? Also, ich bin 18 Jahre geworden, bin ein Mädchen. Aha. Also, was ihr euch trinken sollt, die und Kaffee und alles. Okay. Also, das gucken wir uns immer genauer an. Okay. Ich bin ein. Okay. Ich bin ein. Ich bin ein. Aber ich mag es oldschool. Ich bin ein. Ich sollte ein Bild, um ich hier noch zu tun. Ich bin ein. Plus, es ist perfekt für mein Portfolio. ...Post-Warbeat-America. Und es war die Honestin, über die экономischen Regierungswerteilung der Erre. Ich glaube, Max hat das, was ihr an einem Film an, ein Film. A dumm Wort für eine Fantastische Fotografische Tradition. Und Max hat ein Gift. Ich hoffe, er hört gut zu, ne? Ich kann es nicht resisten. Der Punkt bleibt, dass die Bildung immer ein wichtiges Aspekt von Kunst und Fotografie war, für so lange es ist. Jetzt, Max, seitdem du unser Interesse getroffen hast und sicherlich wollen wir in der Gespräche, kannst du uns bitte, erzählen uns den Namen des Prozess, die die erste Selbstbildungsmöglichkeiten für die erste Bildung gegeben hat. Ähm, machen wir das so anders geht, ne? Du fragst mich? Lass mich denken. Ähm... Du wirst sowas oder nicht, Max. Es gibt jemanden hier, der ihre Sachen kennt? Louis Daguerre war ein Französer, der die Daggeriotype-types hat. Ein Prozess, der die Porträte einen starken, reflektiven Stil mit dem Bildung. Jetzt bist du total in der Retro-Zone. Schöne Gesicht. Sehr gut, Viktoria. Der Daggerioty-Prozess, die Daggerioty in den Gesichtern gebracht hat, mit ihnen extremem populär von 1800s an. Der erste Daggeriotype-Self-Portrait war von Robert Cornelius. Ah. Und find out all about him in your textbook. Or even online. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. I'm still waiting for you. 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 Victoria doesn't waste a second. Hi Kate. Oh. Hi Matt. Well, so. You seem quiet today. Just thinking too much. I just really think everyday heroes is an important cultural event. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. I don't want anybody to feel excluded from this process. I also want everybody to know, that this photographic world is not for everyone. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay. Everybody should have their shirts. I only want to share whatever gifts I have with the world. Do you want to know food? Do you want to know food growth? Excuse me. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young. The world is yours. Blah, blah, blah. Right? But you do have a gift. You have the fever to take images. To frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. Good. And that's what separates the artist from the amateur. Yeah. With the real money. The is more the... The is more the... The is more the... The is more the... Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Yeah, that's good, yeah. Can't wait to watch the documentary on this bat. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to... You always... Welcome to the real world. You are so cute. You are so cute. Then I might send you a special picture. God, what is this? Because Max wants everyone to see how hips she is. I'm not paying attention. I'm so shy. I need a serious time out in the bathroom. I splash water around my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that glass. It's so fucking boring. She's so fucking shy. So, now I sit down on the floor. Like always. I don't hear anything. I don't use it anymore. 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 I can't eat anymore. I don't use it 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 anymore. The same thing I need for my mouth, but I don't use it anymore. Also, ja, cool. Da? Oh, good. Ich sollte nicht so kattig sein. Dana ist mir nett zu sein. Die haben wir gewusst. Ich habe einen Bruck mit Warren verhängt. Sie sieht aus seinem Typ. Ah ja, ah. Ich liebe Bully-Jockstraps wie Logan. Und er ist ein Vortex-Club-Member. Puh Daniel. Er ist so nett. Ich wünschte, dass ich Logan den Scheiß aus dem Logan verletzen kann. Na gut, okay. Ich wollte mal Wasser haben. Es sieht aus, dass sie seit Monaten verletzt wurde. Was ist damit? Ich wünschte, dass Oktober für immer dauern würde. Hm. Sie sollten es nur eine Zucker-Maschine nennen. Das wäre toll, wenn du Geld in die Schraube und eine Schraube von Zucker verletzt hast. Also, ja. Die Vermissten haben wir schon eingeguckt. Es scheint sehr wichtig zu sein. Wir haben noch ein Ding. Das ist so verletzt. Ich sollte sie kontaktieren, um zu finden, was ich tun kann. So wie ich bin. Ah ja. Wie gesagt, wenn ich zu schnell bin, stoppt's einfach mal. Wenn ich es vorlesen will, das dauert mir dann zu lang. So viel Zeit haben wir leider nicht, weil wir hier vorankommen. Bitte zuhören muss ich auch noch. Okay. Ja, aber wo ist das Clue? Eigentlich hasse ich so die riesen Schulhütten. Und da holt die Rektorin. Irgendwie komme ich da noch hin. Die Kuppel im Huis. Er ist es so ein Wurzeln. Ich denke, dass Juliette sie Zachary-Jocken im Häuschen. In der Wurzeln sind Vortex. In dem Kuppel im Huis ist er eine Wette. Ich will dich Wasser im Gesicht machen, was soll man hier, was soll man hier ansehen? Ja, wo komme ich jetzt, gehen wir mal ein bisschen weg, ja, ich habe es gefunden, so ein Harnklöhe, ich habe die Damen-Dülle, die sind eine Dame, du bist ein Tür, rennt einfach weg, durch mal durch, ja gut. Entschuldigung, ich bin auf einer, ich bin auf einer Dame-Dülette, so eine Katastrophe. Wie findet ihr das, das ist ja richtig cool, ne, Dame-Dülette? Wer so eine Mühe macht, das bin ich auch nicht, freuen. Ja. Nur umreißt es jetzt kaputt, das hätte ich jetzt nicht verstanden. Ich denke, das ist Hummel. Was? Was? Was willst du? Ich hoffe, du hast den Perimeter, wie meine Step-Ass sagen würde. Jetzt, wir reden über Bidness. Ich habe nichts für dich. Das ist falsch. Du hast du hella Geld. Das ist meine Familie, nicht ich. Oh, boo-hoo, poor little rich-kid. Ich weiß, du hast gebrauchte Drugs und shit für die Kinder hier. Ich hoffe, dass deine Respektive-Familie mir helfen würde, wenn ich mit ihnen gehen würde. Man, ich kann jetzt sehen die Reden-Line. Oh man. Oh man. Ich weiß, das ist nicht so. Was machst du? Komm schon, das Ding auf! Don't ever tell me was zu tun! Ich bin so sick von Leuten, die zu kontrollieren. Du wirst in hell mehr Probleme für das, als Drugs. Niemand würde ever missen deine Punk-Ass, würde ich? Geh das weg von mir, Psycho! Nein! Whoa. What the fuck? How? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. He likely was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color... Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Shit! Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? Okay. Okay. If I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane! Can I actually reverse time? Good. Why Arvis? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by... I did it! I actually did it! Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I'm a human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria! Why Arvis? Because of her images of hopeless faces. Keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though. Well, I could frame anyone of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And anyone of you could do... And anyone of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arvis chose to capture people at the height? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. It's real. I can tell. So I can go back in time. What if that girl isn't dead yet? Can I save her? We need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Oh shit. Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mare. Now you're totally stuck in the red rose. Sad face. Very good Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? I don't find details on people's faces. Interesting. Das ist richtig. Wenn du unsere Interesse hast, und sicherlich wollen wir uns in der Gespräche, kannst du, bitte, erzählen uns den Namen des Prozesses, die zu den ersten Selbstporträtten? Der Daggerian Prozesses. Inventiert von einem französischen Film namens Louis Daguerre, in etwa 1830. Niemand hat den Lieden, als auch aus dem Lieden. Gute Arbeit, Max. Das ist das... Der Daggerian Prozesses macht Portraturen sehr populär. Mainly, weil es die Subjekte deutlich hat. Das ist die Lieden, nicht? Das ist das. Du kannst mehr lernen, wenn du eigentlich fertig bist. Max ist so weit weit ahead. Und Leute, nicht vergessen, dass die deadline ist, wenn du eine Fotos in der Everyday Heroes Contest hast. Ich fliege mit dem Winner in San Francisco, wo du bist von der Art-Welt. Es ist eine große Exposierung, und du kannst du eine Karriere in Fotografie starten. So, Stella und Alissa, zusammen. Taylor! Don't hide. I'm still waiting for your entry to. And yes, Max. I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. So, das haben wir ja alles schon gemacht. Also machen wir mal ganz schnell versuchen, um auf das Duellette zu kommen. Max, Schaulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'll never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich bin nicht vorhanden, nur... Bedingen Zeit? Waiting für den elusiven Moment? Genau. Max, nicht zu lange warten. John Lennon sagte, dass Leben ist, was passiert, während du andere machen kannst. Geh jetzt. Nicht zu lassen, mich zu stoppen. Nein. Entschuldigung, Herr Jefferson, kann ich mit Ihnen sprechen? Es ist ein bisschen ein bisschen drin, ja. Entschuldigung. Nein, Viktoria. Entschuldigung uns. Ich würde niemals eine von der Fotografie-Future-Sterne evitieren, die in ihrer Bildung vorzunehmen. Ich werde nicht evitieren, einfach... Bedingen Zeit? Warten für den... elusiven Moment? Genau. Max, nicht zu lange warten. John Lennon sagte zuerst, das ist, was passiert, weshalb du andere Pläne machst. Geh jetzt. Lass mich dich stoppen. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich rauskommen. Ich hoffe, ich habe noch Zeit, um ins Bett zu gehen. Bitte, bitte. Ich kann niemandem sagen. Sie denken, ich bin verrückt. Oh Mann, gehen wir auf den Weg. Ja, ich bin das jetzt 헷net. Ich bin schädlich. Ich schaffte das Studium. Ich liebe das Studium mit diesen Ernährungsdruckigen. Was habe ich mit etwas zu tun? Das ist ein Bild, wenn du mir ein Bild gibst. Schreif euch... OK Max, Retrace jeden Schritt. Ich habe meine Gesichter verletzt, ich schraubte meine Fotos, dann die Butterfly fliegt, und ich habe eine Fotos. Lass sie aus dieser B****! Ich kann sagen, dass alle, Nathan Prescott ist ein Puck-Aß, die als kleine Mädchen spricht, und sich mit ihm zu sprechen. Du wirst nicht wissen, wer ich bin, oder wer du bist mitgebracht hast. Wo wirst du das? Was machst du? Komm schon, mach das Ding! Wowser, es ist passiert, ich kann. Die Leute versuchen, mich zu kontrollieren! Du wirst in hellen mehr Probleme, wenn es... Ich brauche ein Hammer, um es zu öffnen. Niemand würde niemals ever missen deinen Punk-Aß, würde ich? Geh das B**** weg von mir, Psycho! Holy shit, ich kann das nicht passieren. Wenn ich wieder einmal auf die Zeit zurückkehren kann, kann ich sie helfen. Oh, shit! Oh, shit! No, 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 no! Ich hätte besser auf die Zeit zurückkehren können. Ich hätte gerne auf die Zeit zurückkehren können. Ich habe mich nicht mehr, was ich tun. Ich habe mich nicht mehr, was ich tun. Ich habe mich sehr, was ich zu kontrollieren. Ich habe mich sehr, was ich zu kontrollieren. Du wirst in hellen mehr Probleme für das, als die Drogen. Keinein, dass du niemals immer mehr verletzt, würde ich das B****? Geh das B**** weg von mir, Psycho! Oh, man, shit! Oh, shit! No! No, 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 no! Max, du wirst dich verletzt. Du wirst in hellen mehr Probleme für das, als die Drogen. Oh, man! Oh, shit! Oh, shit! Wenn du's in hellen massivesighung warst, Leute und daの MeierJam havel gelernt! Higitare du mich nicht mehr debuff! Don't Ever wissen, was ich tun? Ich bin so sü Gulfen zu Menschen versuchen, dass ich mich zu kontrollieren! Debergellos mich nicht mehr sagen, was ich tun? Du bist hier in hellen mehr Probleme für das als Drogen! Ich... Hilf mir��고... Ein Blick, dass man die Zeit zurückdrehen kann. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be up front with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max. Talk to me. I just got sick in class. I just got sick in class. Um, female travel. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that team toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for three weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell the truth. Look at all I know. It's all so ugly. You can't do that. Yeah. I don't know. No problem. No problem. No problem. No problem. ja oder nicht aufschließen keine ahnung also wir machen jetzt hier schluss also müssen die vermissten personen die mutter ist im schluss noch nicht so mal weiter wenn sich gefallen hat den daumen nach oben und wie gesagt war noch kein abo hinterlassen hat da gibt es den abo button dann mal drauf drücken und die glocke nicht vergessen und tschüss bis zum nächsten mal bei doktorin so 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 Untertitelung des ZDF, 2020